Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Danny Gallm und ich wünsche euch zunächst einmal allen ein ganz frohes neues Jahr und ich wünsche euch das aus dem Remstal, aus unserem Verlagssitz in Weiblingen heraus und mein Kollege Simeon Kramer, der darf euch jetzt Neujahrswünsche aus Mabea aus Spanien übermitteln. Simi, ich grüße dich, hi. Danny, ola an dich, jetzt hier natürlich ganz typisch in Spanisch, natürlich ola an euch auch da draußen. Richtig, ich bin hier in Mabea im Trainingslager des VfB Stuttgart, sitze aktuell hier in meinem Zimmer, podcaste jetzt mit dir, komm direkt vom Vormittagstraining des VfB. Hab richtig Bock mit dir zu podcasten, Danny und lass uns einfach loslegen, oder? Was wollen die Leute wissen, worum geht's? Es gibt eine ganze Menge, das die Leute und auch ich von dir wissen wollen, deswegen, es gibt heute sozusagen ein bisschen eine Sonderfolge, wir wollen euch mal beschreiben, wie läuft so ein Trainingslager ab, was sind Themen, was passiert da eigentlich alles und ihr habt uns in der Vorbereitung zu dieser Sendung mit Input zugeballert. Ich habe versucht, so viel wie möglich aufzugreifen, habe es ein bisschen in Themenbereiche gegliedert. Ihr werdet es als Shownotes finden, als Kapitelmarken auf YouTube, könnt ihr euch da durchklicken auf die Punkte, die euch besonders interessieren oder natürlich von Anfang an hier mit dabei sein. Denn, Simeon, wir fangen einfach mal so mit der Klassikerfrage an. Wie ist es denn vor Ort? Kannst du mal so ein bisschen deine Eindrücke beschreiben? Wo bist du jetzt genau? Wo ist die Mannschaft untergebracht? Wie sieht so ein klassischer Tag für dich als Reporter da in Spanien aus? Das sind aber viele Fragen für den Einstieg. Ich versuche es erstmal ganz banal auszudrücken. Also wenn ich jetzt hier gerade aus meinem Fenster schaue, aus meinem Zimmer, dann schaue ich auf einen schönen grünen Rasen mit Pool und sehe um mich rum so ein paar schicke Villen hier. Wir sind in Marbella, in Spanien. Nicht direkt in Marbella, in der Stadt, sondern etwas außerhalb. San Pedro de Alcantara heißt dieser Stadtteil, Ortsteil, wie man es nennen mag. Und da trainiert der VfB aktuell im La Quinta Football Center. Eigentlich war geplant, im Marbella Football Center zu trainieren. Das wurde aber kurzfristig verschoben, weil da der FSV Mainz 05 auch trainiert aktuell. Das ist ja der Gegner jetzt zum Auftakt in den Restart der Bundesliga. Und ja, das sind perfekte Bedingungen hier. Es ist eine sehr schöne Gegend. Es hat so um die 18, 19, 20 Grad. Die Sonne scheint, blauer Himmel. Das Meer sieht man tatsächlich nicht von hier, weil es dann doch 15, 20 Autominuten entfernt ist das Meer. Wir sind etwas im Landesinneren und die Bedingungen sind top, Danny. Also der VfB trainiert in der Regel zweimal am Tag, haben ihr Hotel. Das ist, glaube ich, fünf Busminuten entfernt vom Trainingsgelände. Trainieren um 10 Uhr, trainieren um 16 Uhr, haben morgens um 7.30 Uhr schon den klassischen Morgenlauf, den Bruno Labbadia ja eingeführt hat. Also ja, die Bedingungen hier sind optimal. Ich meine, ich glaube, ich brauche euch allen nichts erzählen, wenn ihr aus dem Fenster bei euch guckt. Es ist grau, dunkel und trist und hier scheint halt die Sonne. Und das macht die Stimmung, das macht die Laune besser. Das merkt man bei den Profis. Mein Eindruck ist, dass die Stimmung relativ gut ist für die Tabellensituation, auf der der VfB aktuell steht. Und ja, wie sieht mein klassischer Tag aus? Also ich glaube, sehr arbeitsintensiv. Viele von euch da draußen denken sich, ja, der Kollege Kramer, der fliegt nach Marbea, gönnt sich hier ein paar Stunden am Pool, geht zu ein, zwei Trainingseinheiten und geht dann schön im Nachtleben feiern. Ja, nee, so ist es nicht. Also ich arbeite vor der ersten Trainingseinheit schon, schreibe einen ersten Artikel, gehe um 10 Uhr zum Training. Dann komme ich so gegen 12, halb eins hier in mein Zimmerchen, schreibe einen Text, tue die Bilder, die ich fotografiere, aussortieren. Dann geht es um 16 Uhr wieder zur Trainingseinheit bis circa 18 Uhr. Dann schreibe ich um 18 Uhr auch nochmal einen Text. Gestern habe ich länger gebraucht mit meinem Eigengewächstext, den ich geschrieben habe. Und deswegen war ich dann erst so, ja, das war 20, 30 oder so, war ich dann fertig. Also wenn ich so um 8, 38 anfange und um 20, 30 abends aufhöre, dann ist das schon ein knackiger Tag und bin dementsprechend auch blatt, Danny. Also Urlaub ist es auf keinen Fall, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Nähe zum VfB ist vorhanden. Wir kommen in Gespräche mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor, Klaus Vogt, Rainer Adrien, Alexander Werle, alle waren oder sind da. Also super Bedingungen, auch für uns Journalisten und deswegen macht es mir sehr viel Spaß hier. Das freut mich doch zu hören, dass du trotz aller Arbeitsintensität einen schönen Tag hast und gute Kontakte knüpfen kannst. Ich würde gerne nochmal ein bisschen genauer mit dir über dieses Thema Stimmung in der Mannschaft sprechen. Da kamen nämlich auch einige Fragen von Ed Marco oder Ed VfB, die wollen einfach nochmal wissen, wie nimmst du das wahr von außen? Ist schon so ein bisschen Lagerkoller zu erkennen. Ich meine, die Mannschaft ist seit dem 2. Januar vor Ort in Spanien. Das ist wirklich ein langes Trainingslager. Es wurde ja nochmal verlängert von Bruno Labbadia. Du hast jetzt schon angeklungen, dass die Stimmung gut ist. Also du nimmst noch keine Anzeichen eines aufkommenden Lagerkollers wahr bei den Profis, bei den Trainern oder vielleicht auch bei den Journalisten. Ja, bei Trainer und Spieler würde ich sagen, nein, da gibt es keinen Lagerkoller. Das hat vor allem damit zu tun, dass Trainer Bruno Labbadia es ganz gut hinkriegt mit Zuckerbrot und Peitsche. Also man muss schon sagen, die Trainingseinheiten in Mabea sind knackig. Sie sind in der Regel zwei, manchmal sogar zwei Stunden, 15 Minuten lang. Es wird viel gelaufen, intensive Einheiten. Aber er kriegt da einen ganz guten Mittelweg hin, weil zum Beispiel heute Nachmittag haben die Spieler spontan trainingsfrei bekommen. Das hält dann natürlich die Stimmung auf. Das macht die Profis glücklich. Die können dann auch mal runter ans Meer fahren, an der Strandpromenade eine kleine Shoppingtour machen. Da gibt es genug Läden, Danny, und genug schicke Autos, die da rumfahren. Also da kommen die Profis auf jeden Fall auf ihre Kosten. Und ich glaube, er kriegt da einen guten Mittelweg hin. Und deswegen würde ich sagen, von Lagerkoller ist die Mannschaft weit entfernt. Es gibt immer wieder Fetzereien. Zum Beispiel gestern im Training hat Atakan Karasor Thiago Tomas eine klare Ansage gemacht. Da ist dann auch das F-Wort gefallen, also fuck you. Jetzt wird man auf Spotify wieder gebannt, aber ist halt so. Da ging es schon ordentlich zur Sache. Da ist auch mal eine Reiberei dabei. Aber das muss man jetzt auch nicht höher hängen, als es ist. Und Trainer Bruno Labbadia steht dauernd unter Strom, redet immer nur über Fußball. Also wenn man ihn am Trainingsgelände trifft, auch mal nach dem Training mal kurz bei ihm steht, mit ihm quatscht, sich unterhält. Es geht immer nur um Fußball. Der Mann lebt, denkt Fußball, ist 24-7 mit Fußball beschäftigt. Und ja, die einzige Stimmung, wo es vielleicht ein bisschen kippt, ist tatsächlich auch bei uns Journalisten, die da jetzt dann halt nicht wie die Profis einen freien Nachmittag haben, sondern wo wir dann jetzt auch podcasten müssen. Und da ist schon so ein bisschen Lagerkoller zu spüren. Auch manchmal, ja, die Medienabteilung vom VfB macht auch jetzt seit 10, 11 Tagen durchgängigen, knallharten Job. Also da kriselt es dann auch das ein oder andere Mal. Aber ich glaube, das gehört dazu. Und deswegen, um das abzurunden, ich glaube, den Spielern geht es hier gut. Die haben hier, denen fehlt hier absolut nichts. Labbadia kriegt einen guten Mittelweg hin. Aber so langsam fehlen zumindest bei uns Journalisten dann doch schon das ein oder andere Korn. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen umschreiben, wer sich denn dann da alles so in diesem VfB-Tross sammelt? Also Trainer, Spieler, Stuff, das ist ja klar. Aber so ein Trainingslager, du hast es ja schon genannt, die Mainzer sind da in Marbella vor Ort. Der BVB ist, glaube ich, auch unten. Wer tummelten sich da so rund um die Anlagen? Was nimmst du da noch für Beobachtungen mit? Also der VfB hat den ganz, ganz großen Vorteil, dass die Anlage La Quinta Football Center relativ weit außerhalb liegt. Also da kommen die zwei Rasenplätze mit der kleinen Anlage und dann geht es quasi schon so ein bisschen raus in die Berge. Also das ist wirklich ab vom Schuss. Und da, wo jetzt zum Beispiel der BVB trainiert, da, wo die Mainzer trainieren, das sind schon große Football-Zentren in Marbella, rund um Marbella. Da ist schon viel, viel mehr los. Aber trotzdem gibt es natürlich die ein oder anderen interessanten Persönlichkeiten, die da vorbeischauen. Vor allem Spielerberater kommen oft vorbei. Ich sehe oft nach dem Training, dass Fabian Wohlgemuth, der Sportdirektor, mit irgendeinem den Kopf zusammensteckt. Und ich denke dann so, hä, wer ist denn das? Weil ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Und dann frage ich einen George Moisidis vom Kicker oder Carlos Urbina von der Stuttgarter Zeitung oder auch jemand von der Presseabteilung. Und dann ist es in der Regel ein Spielerberater. Also Arthur Beck zum Beispiel ist ja der Bruder von Andreas Beck, der ist Spielerberater zum Beispiel von, glaube ich, Waldemar Anton Denny. Den sieht man regelmäßig ein- und ausgehen hier im La Quinta Football Center. Michael Klaus, Ex-Trainer vom 1. FC Nürnberg, schaut auch regelmäßig vorbei. Der ist ja aktuell vereinslos und der schaut Bruno Labbadia bei der Arbeit zu. Wie verhält sich der Trainer? Wie trainiert er? Wie kommuniziert er? Was für Ansprachen hat er an die Mannschaft? Und ich glaube, da kann so ein junger Trainer wie Michael Klaus auch noch viel lernen. Natürlich Klaus Vogt, Rainer Atrion, Vorstände des VfB e.V. waren am Start oder sind sogar noch da. Alexander Werle, CEO, war die ersten Tage da, ist dann aber wieder abgereist, vergangenen Samstag schon. Artur Boka kam vorbei als Ex-Profi. Immer mal wieder kommt ein Ex-Profi vorbei. Aber der VfB hat wirklich den großen, entscheidenden Vorteil, dass sie relativ ab vom Schuss liegen. Man findet es sogar nicht auf, also auf Google Maps findet man es, aber bei Apple findet man es, glaube ich, sogar gar nicht auf der Karte. Also das ist vielleicht ein Grund, warum der VfB diesen Trainingsplatz gewählt hat, weil Labbadia da relativ ungestört arbeiten kann. Und das sind schon super, super Vorteile für den VfB. Dann lassen wir uns doch jetzt mal über die Arbeit von Bruno Labbadia quatschen. Also du hast ja jetzt einige Trainingseinheiten schon beobachten können. Es gab auch ein Testspiel, ein 3-0-Sieg gegen den Schweizer Erstligisten FC Sion. Dazu hat der User Edaniel Ligno eine Frage. Der schreibt nämlich, im Testspiel sah vieles, nicht alles, aber einiges, ähnlich aus wie unter Rino und Wimmer. Sprich, spielerische Lösungen, durchaus ballbesitzorientiert. Und jetzt eine Frage, entspricht das auch Labbadias Vorstellung oder denkst du, das wird nachlassen? Also konkret geht es da, glaube ich, auch vor allem um das Spielsystem. Du hast ja da einen schönen Artikel drüber gemacht, dieses 4-3-3, das sich da herauskristallisiert. Kannst du uns das mal ein bisschen näher bringen? Wie möchte denn der Bruno Labbadia spielen lassen, beziehungsweise teilst du die Eindrücke, die der User da in seiner Frage formuliert hat? Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen tiefer einsteigen, Danny. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu viel. Wir haben Zeit, Simeon, wir nehmen uns die Zeit, bitte. Aber ich glaube, im Grundsatz sind Pellegrino, Matarazzo und Bruno Labbadia gar nicht so unterschiedlich von ihren Ansätzen, was Fußball angeht. Und das spricht ja eigentlich auch für den Punkt, den zum Beispiel Alexander Werle immer sagt. Natürlich hat man sich von Sven Missentat und Rino getrennt, aber diese grundsätzliche Idee, wie man Fußball spielen möchte mit jungen Spielern, jungen, wilden Spielern, ich glaube, dass das gar nicht so die Abkehr von diesem grundsätzlichen Weg ist. Was ja viele immer sagen, oh mein Gott, mit Bruno Labbadia werden wir zurück in alte Zeiten geworfen und jetzt ist wieder der ganze Weg kaputt. Nee, ist gar nicht so. Also was ich im Trainingslager wahrnehme, und es ist ja auch mal ganz gut für euch da draußen, das so einzuordnen, Labbadia sucht immer den spielerischen Ansatz, sucht immer spielerische Lösungen. Wie oft ich ihn schon gehört habe am Trainingsplatz, dass er gesagt hat, Leute, ihr müsst schneller spielen, schärfer spielen, weniger Kontakte, überbrückt das Mittelfeld schneller, kommt schneller in die Spitze, denkt an eure klaren Abläufe vorne in der Offensive, wie wollt ihr vor das Tor kommen, was sind die Laufwege. Also da ist nichts mit Bunkern und Abwehr, Viererkette und davor nochmal eine Viererkette und dann macht man dicht und vielleicht sogar eine Fünferkette hinten drin. Also Labbadia sucht auf jeden Fall die spielerischen Lösungen zu finden mit den Spielern. Und das ist der Grund, das hat man gegen den FC Sion gesehen und auch schon in den Trainingseinheiten. Er hat das 4-3-3-System entdeckt für den VfB. Er hat ja bei seiner Vorstellung gesagt, er hat den ganz klaren Plan, dass er den VfB nicht in ein System pressen will, sondern er hat ja gesagt, er will sich die Mannschaft anschauen, sich ein Bild machen und dann die Entscheidung treffen, die am besten zu der Mannschaft, zu den Spielern passt. Also er kam jetzt nicht nach Stuttgart und hat gesagt, ich will 3-5-2 spielen und es ist mir völlig egal, welche Spieler der VfB hat, ich drücke das durch. Nein, er hat gesagt, ich schaue mir das an und finde die beste Lösung. Und die beste Lösung ist wohl 4-3-3. Und das bedeutet eine klare Viererkette. Da kristallisiert sich heraus, dass Waldemar Anton und Hiroki Ito die Viererkette bilden. Rechts hinten Pascal Stenzel, links aktuell Nikolas Nathai, weil ja Borna Sosa noch nicht im Trainingslager ist. Und dann gibt es eben zwei offensive Dreierketten. Und da sind die Plätze, glaube ich, im Sturm weniger umkämpft. Da haben wir Thiago Tomas, Shirazi und Silas, die vorne drin spielen. Und dann die drei im Mittelfeld, die sind eher umkämpft, in Anführungszeichen. Mit Vataru Endo, Enzo Milo und Naui Ahamada. Das sind aktuell so die Favoriten auf dieser Position. Und dieses 4-3-3 gibt dem VfB eben Variabilität, die davor vielleicht nicht so da war. Das Ziel von Bruno Labbadia ist, überall auf dem Spielfeld Dreiecke zu bilden. Das heißt, die Spieler müssen unglaublich viel rotieren. Sie müssen unglaublich viel laufen. Sie müssen sich viel bewegen. Weil, wenn man sich das vorstellt, Danny, 4-3-3. Das bedeutet, es gibt außer den Außenverteidigern ja keine klassischen Flügelspieler. Also es gibt keinen klassischen Wingbacker, wie es zum Beispiel unter Pellegrino Materazzo der Fall war. Sondern diese zwei Dreierketten sind ja eher zentrumsorientiert. Und das bedeutet natürlich für diese beiden Dreierketten, dass sie sich unglaublich viel bewegen müssen. Auf die Flügel ausweichen, rotieren. Dann taucht mal Shirazi auf dem Flügel auf und Thomas in der Mitte. Oder Endo ist mal auf außen. Und genau das gleiche gegen den Ball, Danny. Also wenn diese zwei Dreierketten nicht nach hinten arbeiten, dann hat die Viererkette ganz schnell ein großes Problem. Weil sie dann eben auf den Außen, also auf den Flügeln, relativ offen sind. Und das ist auch der Grund und somit schließt sich der Kreis, Danny, warum Bruno Labbadia seine Mannschaft so viel hat laufen lassen. Damit die Spieler fit sind. Damit sie diesen Grundstock an Kondition haben, um dieses laufintensive 4-3-3 spielen zu können. Und Waldemar Anton, mit dem wir auch mal am Rande des Trainingslagers sprechen konnten, der hat gesagt, also das System, das passt zu uns. Wir haben viele laufstarke, laufintensive Spieler im Zentrum. Also Vataro Endo da ja vorneweg, der läuft ja wie ein Gestörter. Also der kann ja 12, 13 Kilometer abspulen. Und das denkt man gar nicht. Ahamata und Milou, die sind auch unglaublich viel unterwegs, bewegen sich viel, weichen immer auf die Flügel aus. Deswegen, ich glaube, dieses 4-3-3 passt zum VfB. Ich würde da Bruno Labbadia zustimmen. Und dann sind wir einfach mal gespannt, was das 4-3-3 bewirkt. Also ich fand im Testspiel gegen Sion sah das schon sehr, sehr gut aus. Also es hat mir wirklich gefallen, dieses 4-3-3. Das hat gut ausgesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ich finde auch im Training sieht man, dass er ganz bewusst die Abläufe üben lässt in diesem 4-3-3-System. Wie baut die Viererkette auf, wenn Florian Müller Bodenabstoß hat? Wo stellen sich die drei Sechser oder Achter hin? Wo steht die Viererkette? Offensive Abläufe dann auch. Also was macht Thiago Tomasch, wenn zum Beispiel Pascal Stenzel auf der rechten Seite den Ball hat? Zieht er nach innen, zieht er nach außen? Also da wird wirklich an den Abläufen gefeilt. Und dieses 4-3-3-Danny, das ist ein Stein gemeißelt. Also ich glaube, wir können stark davon ausgehen, dass Bruno Labbadia jetzt nicht auf einmal anfangen wird, da mit Fünferkette zu spielen. Das wird nicht passieren. Und deswegen können wir uns darauf einstellen, dass gegen Mainz in knapp zehn Tagen der VfB im 4-3-3 spielen wird. Es ist keine Zeit für Experimente, ganz offensichtlich unter Bruno Labbadia. Ich denke, er wird auch versuchen, hier in diesem Trainingslager jetzt so einen harten Kern an Spielern heraus zu kristallisieren, die er dann in diesem System auf den Platz schicken wird. Das führt mich sozusagen zur Rubrik Gewinner und Verlierer. Da kamen gleich mehrere Fragen in diese Richtung aus der Userschaft, unter anderem von Yannick1893, der die Klassikerfrage zum Trainingslager stellt. Sie mir, wir sind fast durch, es sind jetzt noch zweieinhalb volle Tage. Wer sind denn eure Gewinner und Verlierer der Vorbereitung unter Labbadia? Kann man das jetzt schon so erkennen, anreißen? Du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, als du jetzt die Startelf mal besetzt hast. Also gib uns da mal deine Einschätzung, bitte. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden, weil heute ist trainingsfrei, heute Nachmittag, also Mittwochnachmittag. Donnerstag ist so eine leichte Einheit am Morgen geplant. Am Donnerstagmittag ja das Testspiel und Freitag wird schon abgereist. Also arg viel, wie soll ich das sagen, arg viel Pluspunkte sind gar nicht mehr zu vergeben, außer im Testspiel. Und da sprichst du den richtigen Punkt an. Bruno Labbadia macht keine großen Experimente. Das heißt, junge Spieler haben es schwierig, da reinzukommen, weil Labbadia auf seinen festen Kern vertraut. Und er wird diesen festen Kern auch jetzt gegen Sparta Prag wieder spielen lassen, wird da keine Experimente machen, wird seine vermeintliche Startelf auf dem Feld spielen lassen, mindestens mal 60 Minuten, denke ich. Und das bedeutet, da kann kein Spieler mehr groß reinrutschen in diese Startformation. Und deswegen kann man diese Frage Gewinner, Verlierer, denke ich, gut beantworten. Ich glaube, der größte Gewinner im Trainingslager ist tatsächlich Pascal Stenzel. Der hat seine Chance genutzt, die Verletzung von Joshua Wagnoman ausgenutzt und hat sich da hinten recht festgespielt. Und der macht es super solide. Also Pascal Stenzel war ja immer schon ein Spieler, auf den man sich verlassen konnte, wo man genau wusste, was man bekommt. Der war stabil, der hatte keine großen Ausreißer nach unten, aber dann natürlich auch keine großen Ausreißer nach oben. Das ist der negative Teil. Aber ich glaube, genau so einen Spielertipp brauchst du im Abstiegskampf, der zuverlässig ist, der gut arbeitet, wo der Trainer das Gefühl hat, was er sagt, kommt an und er kann es umsetzen. Pascal Stenzel ist ein Kommunikator, das heißt, er spricht viel auf dem Feld, nimmt sich auch mal die jungen Spieler zur Seite. Also ich glaube, er ist wirklich der große Gewinner. Und ich denke, dass es Joshua Wagnoman schwer haben wird, sich da hinten rechts wieder reinzuspielen, weil Wagnoman ja eher dieser klassische Wingbacker im Matarazzo-System ist und war. Und deswegen wurde er auch geholt von Missentat für diese Wingbacker-Position. Und ich glaube, dadurch, dass Stenzel jetzt rechts hinten spielt, in der klassischen Viererkette, ist ein bisschen mehr seine defensive Stabilität gefragt und weniger so das offensive Spektakel, das eher Joshua Wagnoman hätte. Also Stenzel ist für mich der ganz, ganz große Gewinner und ebenfalls ein Gewinner ist für mich Nikolas Nathai, der es wirklich hervorragend macht im Trainingslager, der sich gut zeigt, der im Testspiel gegen Sion ja einen Treffer erzielt hat und auch auf links hinten wirklich eine sehr gute Vorstellung gezeigt hat. Er ist ein großer Gewinner. Das hätte, glaube ich, niemand erwartet, dass der junge Däne auf dieser Position, wo ja eigentlich Bonasosa gesetzt ist und vermutlich auch gesetzt sein wird, wenn er wieder fit ist, aber damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet und das ist so ein bisschen ein Überraschungskandidat auf hinten links, der da eine durchaus interessante Option sein kann. Und der dritte Spieler, dem ich so ein bisschen attestieren würde, dass er ein Gewinner ist, ist Enzo Milow. Der ist unfassbar viel unterwegs auf dem Feld. Der sprüht vor Spielfreude. Der hat so ein bisschen dieses Straßenzocker-Gen, das mir so ein bisschen gefällt und das im VfB, glaube ich, auch so fehlt im Spiel. Das heißt, der hat Spaß am Fußball, der hat Bock, der traut sich auch mal im Eins-gegen-Eins, verliert dann natürlich auch den Ball, das kann ja nicht immer gelingen, aber er traut sich was und er probiert was. Und der kam ja unter Matarazzo auch mal schon immer wieder zum Einsatz, wurde auch mal früher eingewechselt, mal ein, zwei Startelf-Einsätze. Aber ich gehe stark davon aus, dass Enzo unter Labbadia Stammspieler wird in diesem Dreier-Mittelfeld, in diesem 4-3-3. Und ich glaube völlig zu Recht, weil der Junge macht echt Spaß, der hat richtig Bock, der kickt gut und der hat es sich einfach verdient, Danny. Verlierer müssen wir auch noch, oder? Ja, wenn du welche beobachtet hast, ich finde das mit der Kategorisierung immer schwierig. Aber du hast es ja jetzt anklingen lassen. Wer ist denn eher so auf dem absteigenden Ast? Also die ganzen verletzten Spieler natürlich ausgeklammert. Du hast Sosa genannt. Zagadou gehört da natürlich rein, der, glaube ich, ein Spieler gewesen wäre, auf den Labbadia wirklich gesetzt hätte im Abwehrzentrum. Also die ganzen verletzten, angeschlagenen Spieler mal ausgeklammert. Wer ist denn vor Ort im Trainingslager und hat aber eher schlechte Karten? Also Joshua Wagnermann ist vor Ort und hat aus meiner Sicht schlechte Karten. Wurde ja immer wieder geschont, hatte muskuläre Probleme, musste ein bisschen kürzer treten. Der ist für mich ein klarer Verlierer im Trainingslager. Ebenso ist für mich, wobei Verlierer kann man fast nicht sagen, das wäre vielleicht zu hart, aber Fabian Pretlow macht für mich keine glückliche Rolle im Trainingslager. Ich finde da Florian Schock viel stärker, viel präsenter, viel lautstarker auch auf dem Feld. Also Pretlow muss echt um seinen Nummer-2-Status kämpfen. Ich finde, er macht auch überhaupt nicht den Eindruck, als würde er Florian Müller diesen Nummer-1-Startplatz irgendwie streitig machen wollen. Also er muss da eher nach hinten in den Rückspiegel gucken, ob da nicht Florian Schock angerast kommt und ihm da die Nummer-2 abläuft. Das ist für mich so ein bisschen ein Verlierer. Und wer für mich auch ein bisschen abschwächt aktuell, ist leider Luca Pfeiffer, wo ich immer so das Gefühl habe, der ist der richtig klassische Strafraumstürmer, der dann im 5-Meter-Raum den Ball über die Linie drückt. Aber so richtig in dieses 4-3-3, wo ja viel Rotation gefragt ist, viel Bewegung, wo du als Strafraumstürmer auch mal auf die Außen ausweichen musst und dann auch viel Laufarbeit gefragt ist, da passt er irgendwie nicht so richtig rein. Und da glaube ich, dass Thomas Castanaras, der junge VfB-Youngster, dass der da eine Chance hat, da als Stürmer Nummer 2 in den Kader zu rücken. Weil Luca Pfeiffer für mich nicht so den glücklichen Eindruck macht. Der ist ja eher so ein bisschen, Standfußballer wäre viel zu viel, wäre viel zu schlimm ausgedrückt, aber er ist ja eher einer, der in der Box wartet, der schon auch mal sich fallen lässt, prallen lässt als Wandspieler, aber eher so der Boxspieler ist. Und in diesem 4-3-3 ist das glaube ich gar nicht so gefragt, dieses in der Box warten auf den Ball, sondern ja, ich habe das Gefühl, dass Luca Pfeiffer nicht so glücklich wird. Nicht, dass er so wirkt, nicht, dass da was falsch verstanden wird, aber ich glaube, dass er nicht gute Karten hat, unter Bruno Labbadia zu spielen. Und das ist mein Eindruck vom Trainingslager bisher. Das sind sehr interessante Eindrücke und Beobachtungen von dir, gerade mit Bezug auf Flusschock. Wir werden auch später noch mal ausführlich über die Torhüter-Situation ein bisschen sprechen. Aber bevor wir das machen, lassen wir uns noch mal ein bisschen tiefer reingehen in diesen Themenbereich Trainingsarbeit. Wie nimmst du den Bruno Labbadia wahr? Ist er so der klassische, alte, haudigen Fußballlehrer? Du hast ja auch viele Einheiten unter Pellegrino Matarazzo gesehen. Wenn du die beiden Trainertypen, Fußballlehrertypen nebeneinander legst, welche Unterschiede fallen dir da auf? Gemeinsamkeiten im Spielsystem hast du ja schon ein bisschen erläutert. Aber woran unterscheiden sich die beiden, wenn du sie beobachtest? Ja, ich glaube, dass sich rein fußballerisch die beiden gar nicht so unterscheiden, weil beide spielerische Lösungen suchen. Also das mal vorneweg, damit da jetzt nicht der Eindruck entsteht, die werden jetzt, wären vollkommen unterschiedlich. Aber ich glaube, die beiden sind von ihrem Typus, von ihrer Art, von ihrer Kommunikation grundsätzlich unterschiedlich. Pellegrino Matarazzo war ja eher so ein bisschen der nachdenkliche Typ, der tiefgründige Typ, der dann auch Wert aufs Detail gelegt hat, vielleicht ein bisschen zu Detail verliebt war, der ja auch multibilingual unterwegs war auf dem Trainingsgelände, also der dann auch mal Französisch gesprochen hat, Englisch gesprochen hat, Deutsch gesprochen hat. Also es war quasi so ein ständiges Mischmasch auf dem Feld und Bruno Labbadia ist da wirklich von der alten Schule. Das ist der alte Hase, ein erfahrener Hase im Abstiegskampf. Der spricht nur Deutsch auf dem Feld, Danny. Also das ist ja schon mal für mich, das war so, wo ich ankam in Marbea, dachte ich erst mal so, hoppla, also der spricht nur Deutsch. Der spricht Enzo Milot Deutsch an. Also der spricht da mit ihm, der kommt her, Enzo, komm mal her und dann spricht er mit dem auf Deutsch. Da denke ich so, hä? Ey, mal ohne Witz, der Enzo versteht das doch gar nicht. Also natürlich ist Enzo schon eine Weile da in Deutschland, aber wenn mich jetzt hier einer in Spanien ansprechen würde, nachdem ich hier ein Jahr irgendwie Fußball spielen würde, würde ich auch nicht jedes Wort verstehen. Also der ist wirklich, der ist da knallhart, der zieht seine Linie durch, das ist ein alter Fuchs, alte Schule und der ist ganz, ganz klar in seinen Ansagen. Der eiert nicht lange rum. Ich erinnere mich an eine Trainingseinheit, wo er Lilian Eglow richtig angeschissen hat. Also Pellegrino Matarazzo war schon auch mal lauter, hat schon auch mal klar seine Meinung gesagt, aber Pellegrino Matarazzo hatte ich immer so das Gefühl, dass er noch so den Spieler versucht zu verstehen und dass er da noch so ein bisschen vorsichtiger ist in seiner Kommunikation und vielleicht auch ein bisschen Respekt davor hat, bei den Spielern anzuecken. Labbadia ist da ganz anders. Der ist knallhart, der sagt, was er denkt, der haut auch mal auf den Putz, klare Ansagen, alles auf Deutsch, muss man sagen und was man ihm aber auf keinen Fall irgendwie vorwerfen kann oder was man ihm unterstellen kann, ist, dass er nicht voll zu 100% auf dem Platz wäre. Also ich habe es vorher schon mal andeuten lassen, Labbadia lebt für den Fußball, habe ich das Gefühl, der lebt aktuell auch für den VfB Stuttgart, der ist immer 100% auf dem Platz. Also Pellegrino Matarazzo hat sich ja manchmal rausgenommen, aus der Trainingseinheit, der hat manchmal seine Co-Trainer das Training machen lassen, hat sich dann zurückgenommen, hat sich das Ganze angeschaut. Das gibt es unter Bruno Labbadia nicht. Der ist immer da, immer in den Einheiten, immer um die Spiele rum, redet viel, kommuniziert viel. Also da unterscheidet er sich grundsätzlich von Pellegrino Matarazzo, würde ich sagen. Also vor allem dieses Thema, immer da sein, ich bin der Boss, ich bin der Sheriff hier, wenn ihr was sagt, dann kriegt ihr von mir auf den Sack. Zum Beispiel Tanguy Koulibaly, der ja vom Platz geflogen ist, weil er sich mit ihm angelegt hat. Also Labbadia fährt da echt eine harte Schiene, aber, aber, er ist ein sehr, sehr feiner Kerl, er hat ein gutes Gespür für die jungen Spieler und ich traue mich das fast nicht zu sagen, weil es viele ja gibt, die das nicht so sehen und dann nachher sagen, oh, der Kramer, der labert wieder einen Scheiß, aber ich glaube, der Labbadia ist genau der richtige Trainer für die aktuelle Situation. Er findet einen jungen Kader vor, der verunsichert ist, der eine klare Hand, eine klare Linie, eine klare Führung braucht und genau das bietet Labbadia dem VfB aktuell. Klare Ansagen, klares Spielsystem, 4-3-3, die Spieler wissen ganz genau, wo sie dran sind, es gibt den harten Kern, auf den vertraut Labbadia und ich glaube, nur so kommst du da unten raus und es gibt jetzt einige, denen wir sagen, ah, Simi, ah, nee, das fällt mir jetzt nicht, aber das ist so, das ist meine Meinung, Labbadia ist genau der Trainer, den der VfB gerade braucht. Wir werden sehen, ob deine Meinung dann auch in Ergebnisse überführt wird beziehungsweise bestätigt wird. Du hast jetzt gut beschrieben, wie der Trainer den Kontakt zwischen seinen Spielern gestaltet, der User AdLegendo, ein sehr schöner Nutzername, wie ich finde, frägt dann noch nach, wird denn eigentlich geduzt oder gesiezt? Also uns siezt Labbadia, also uns, mit uns meine ich, uns Presseleute, die Fans, andere Personen, die er noch nicht so kennt, also uns siezt er und wir hatten auch den Medienabend letzten, vergangenen Freitag, wo wir, glaube ich, vier oder fünf Stunden zusammensaßen im Teamhotel beim VfB, also wir Medienleute und Christian Gentner, Bruno Labbadia, Fabian Wohlgemuth, Alex Werle, saßen da alle zusammen, haben Abend gegessen, Wein getrunken, gequatscht, sich kennengelernt und da war ich zum Beispiel mit Christian Klar und mit Fabian Wohlgemuth, war ich schnell beim Du und Bruno Labbadia war aber so oldschool, man siezt sich so quasi du Arschloch ist schneller gesagt als sie Arschloch, der hat eine ganz klare, fährt da eine ganz klare Linie, mit seinen Spielern ist er aber so total väterliche Figur, also da ist nichts mit sie, er duzt die Spieler, Silas, Enzo, Lee oder Samu, also da ist nichts mit siezen, er ist da total vaterhaft, ich glaube, das ist schon für viele Spieler so ein bisschen eine Vaterfigur, streng, klar in der Ansage, aber wenn es sein muss, dann auch einfühlsam zum Profi, eingehend auf die Persönlichkeit, die jeder Spieler hat, also ich glaube, da hat er eine ganz gute Mischung. Der User Braindrain hat noch eine Frage zu den intensiven Einheiten, die Labbadia ja trainieren lässt und er schreibt, das gängige Narrativ ist ja, Bruno brutal zieht die Zügel an, ich glaube, es war eine Bildschlagzeile, auf die er da Bezug nimmt. Jetzt die Frage, ist das Training wirklich härter als unter Matarazzo und Wimmer, beziehungsweise was ist da anders und hast du den Eindruck, dass die Spieler konditionell fitter sind, beziehungsweise erwartest du in der Restrunde, was die Laufleistung angeht, eine klare Steigerung? Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und mache die klare Aussage, schaut euch die Laufstatistiken an in den ersten Spielen unter Bruno Labbadia, ich garantiere euch, dass der VfB mehr laufen wird als zuvor unter Pellegrino Matarazzo. Ich glaube gar nicht, dass das was damit zu tun hat, dass irgendwie Pellegrino Matarazzo die Spieler nicht zum Laufen gebracht hat oder so, ich glaube, daran liegt es gar nicht, sondern es wird alleine auch an diesem Spielsystem, an diesem 4-3-3 liegen, dass die Spieler viel mehr laufen müssen und viel mehr Konditionen an den Tag legen müssen als davor und deswegen würde ich auch sagen, ja, die Trainingsanheiten waren härter und waren laufintensiver als unter Pellegrino Matarazzo, aber nicht, weil jetzt Labbadia dachte, ich bestrafe die Spieler mal, sondern natürlich unter diesem Wissen, ich habe es vorher schon angedeutet, die Mannschaft könnte im 4-3-3 funktionieren, was brauchen wir für dieses 4-3-3? Viele laufintensive Einheiten, damit die Spieler 90 Minuten dieses Pensum gehen können und damit die Spieler nicht nur am Anfang, also jetzt im Januar, Februar dieses Pensum gehen können, sondern auch noch im Mai oder im April, also dann, wenn es zählt, weil das wird ja jetzt eine intensive Rückrunde, in Anführungszeichen, es sind ja noch zwei Spiele aus der Vorrunde, aber das wird super intensiv, weniger Pausen, das wird jetzt alles durchgeprügelt in knapp vier Monaten oder so, also da ist schon viel Kondition und viel Power und viel Puffer gefragt, vor allem auch dann, wenn eben Labbadia auf einen harten Kern von 14, 15 Spielern vertraut. Die müssen knallfit sein und ich glaube, das war eins der großen Ziele von Labbadia, das hat er erreicht aus meiner Sicht, das sind ja jetzt noch knapp zehn Tage und, aber Danny, da bringt alles Gerede nichts, ich glaube, erst in Mainz oder gegen Mainz, ich glaube, im Heimspiel, erst dann wird man sehen, wo die Mannschaft wirklich steht, aber ja, sie wird mehr laufen, sie wird fitter sein als unter Pellegrino Matarazzo, ob das jetzt am Trainer liegt, ob da der Trainer Schuld hat, ob Labbadia einfach ein anderes Spielsystem wählt, wo viel mehr Läufe gefragt sind, das ist schwierig zu sagen. Dafür kenne ich auch Rino zu wenig, dafür habe ich zu viel Rino-Zeit während Corona erlebt, wo ich auch nicht so viel mitbekommen habe, aber das, was ich von Labbadia sagen kann, das habe ich gesagt und ja, dazu stehe ich. Lass uns mal noch auf den Staff blicken, das Team um das Team, speziell das Team um Bruno Labbadia, seine Co-Trainer, da fragt der User Ray Bucanero, wie sieht denn die Aufgabenverteilung im Trainerteam aus beziehungsweise was hat sich da verändert, kannst du das nochmal ein bisschen einordnen, da war ja jetzt in den letzten Wochen auch viel Bewegung drin. Ja, zunächst mal ist ja eigentlich, wenn ich das so anschaue hier, ich habe es hier vor mir liegen, ist ja eigentlich der komplette Trainerstab ausgetauscht worden, also Bruno Labbadia bringt ja seine beiden Co-Trainer Bernhard Trares und Benjamin Sachs mit und Pellegrino Matarazzo hatte ja zuvor die beiden Michis, also Michael Kammermeier und Michael Wimmer als Co-Trainer am Start, auch mit Günther Kern und mit Matthias Schiffers sind ja Athletiktrainer, Fitnesstrainer am Start, Günther Kern ist ja gefühlt seine 800. Station im Profifußball, der ist ja über 60 schon und der macht da noch alle Laufeinheiten mit, also das ist schon eine richtig krasse Hausnummer, richtig stark und Nathaniel Weiss ist noch da als quasi Techniktrainer, da hat sich nichts verändert, aber ansonsten ist der ganze Steph ja eigentlich neu, neuer Torwarttrainer mit Steffen Krebs, beziehungsweise, der ist doch neu, der ist nicht neu, da wollte ich dich gerade, das ist das erste Mal, dass ich dich abgrätschen kann, dass ich auch inhaltlich was zu dieser Folge beisteuere, der Steffen Krebs ist nicht neu, ne der war unter Matarazzo schon da, ganz feiner Kerl, mit dem habe ich nämlich letzten Sommer schon mal mich länger unterhalten, also der ist nicht neu im Trainerteam. Dann klammer ich den mal aus, aber ansonsten ist ja alles neu und ich glaube den größten Unterschied zwischen Matarazzo und Labbadia habe ich vorher schon erwähnt oder beim Trainerteam, ich würde nicht sagen, dass Bernhard Trares und Benjamin Sachs nicht viel machen im Training, aber ich würde schon sagen, dass Bruno Labbadia der Boss ist, also der auch sagt, ich bin bei jeder Einheit dabei, ich mache die Ansagen, ich scheiße einen Spieler zusammen, wenn es nicht läuft, ich lobe einen Spieler, wenn es läuft, also Bruno Labbadia verpasst keine Einheit, nimmt sich da nicht raus, ist immer da. Was mir aber auffällt ist, dass Labbadia immer nach der Meinung von Sachs und Trares frägt, also wenn es um irgendeine Situation geht im Training, die stecken immer die Köpfe zusammen, sprechen immer zusammen und auch Nathaniel Weiss ist viel dabei, mehr dabei als vielleicht noch unter Pellegrino Matarazzo, die bauen immer zusammen die Einheiten auf, also die sind dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Training auf dem Platz, stecken die Hütchen ab, richten die Leibchen her, besprechen nochmal, was sie trainieren wollen, ich schaue da dann immer zu und finde es ganz witzig, dass da die alten Herren dann die Übung vormachen und dann die Laufwege mit dem Ball auch vormachen und nochmal andeuten, wie es klappen soll und da ist der Bernhard Trares, ja der kann echt kicken, Danny, also da war ich echt überrascht, der hat auch heute Morgen, also heute Vormittag in der Trainingseinheit ein bisschen mitgekickt bei diesem Wandspielerspiel, also wo quasi auf zwei Tore mit Wandspielern, da hat er mitgemacht, das war echt lustig, weil der kann echt noch kicken für sein Alter, also die Rollenverteilung im Trainerteam ist glaube ich klarer als unter Rino, es gibt den klaren Boss, das ist Bruno Labbadia, aber der hat immer seine Co-Trainer dabei, die ihn immer unterstützen, immer supporten, wo er immer mal kurz sich zurücknehmen kann und fragen kann, ey Leute, wie seht ihr das, was habt ihr für einen Eindruck gerade von der Szene und ich glaube, die Aufteilung funktioniert ganz gut, da muss man aber auch sagen, Danny, also die sind ja alle schon Jahre, fast schon Jahrzehnte lang im Business tätig als Trainer und da merkt man auch ein bisschen glaube ich diesen Erfahrungsschatz, den sie haben, den Pellegrino Materazzo ja einfach nicht hatte und ich glaube, da sind einfach erfahrene Trainer am Start, die aneinander gewohnt sind, die genau wissen, wie die Abläufe funktionieren in der Mannschaft, im Trainerteam und das funktioniert so blind, würde ich fast sagen und das merkt man schon im Trainingslager, Danny. Ja, also mit dem Bernhard Trares, den kennt ja der Bruno Labbadia schon aus Jugendzeiten, dem glaube ich zusammengespielte, der Hessen-Auswahl und du sagst es richtig, Bernhard Trares hat ja auch Cheftrainer-Erfahrung, hat ja mal SV Waldhof Mannheim gecoacht, Würzburger Kickers, sind wir da noch in Erinnerung, also das ist auch mein Eindruck jetzt aus der Ferne so, da ist ein wahnsinnig erfahrenes Team auch um den Trainer herum, du hast ihn Günter Kern genannt, der hat ja schon diverse Rettungsmissionen mit Labbadia gemeinsam absolviert und auch erfolgreich zum Ende gebracht. Eine Person, die nicht zum Trainerteam gehört, die aber auch neu ist im Staff, ist Christian Gentner. Seh mir, und auch da wollen wir der Vollständigkeit halber nochmal kurz abklopfen, was ist denn jetzt so seine genaue Rolle? Er ist ja der Leiter der Lizenzspielerabteilung, heißt ja dieser neu geschaffene Posten. Was bedeutet das konkret und was macht er da eigentlich vor Ort in Spanien? Ja, da gab es ja ordentlich Stress, wenn ich mich zurückdenke an die Personalie, Christian Gentner, jetzt nicht vom VfB aus, sondern eher von uns Medien, auch von den Fans. Diese Pressekonferenz damals, bei der Verkündung von den Personalien, Kedira Lahm, Gentner, was macht er denn überhaupt? Da haben die alle so ein bisschen rumgedruckst und es war irgendwie unklar, was die tatsächlich machen und dann gab es ein bisschen Ärger und das wurde jetzt ausgeräumt. Also im Trainingslager gab es eine Presserunde mit Christian Gentner, direkt glaube ich am Freitag, also vor knapp, ja vier, fünf Tagen, gab es eine Runde, da saßen wir zusammen, haben gesprochen und im Endeffekt ist es ähnlich wie bei Semi Kedira, erst mal zuhören, lernen, erst mal schauen, erst mal das Business kennenlernen, dankbar sein, dass man diese Chance bekommt und quasi von dem alten Hasen Bruno Labbadia, von Bernhard Trares und Co. da einfach lernen. Ich glaube, dass er so ein bisschen, ja so ein, wie soll man das nennen, der ist so ein bisschen der Übergang zwischen Trainerteam und Mannschaft, also er soll ein offenes Ohr haben für die Spieler, er soll mit den Spielern reden, wenn es da Probleme gibt, soll er bereitstehen, mit seiner Erfahrung weiterhelfen, wenn es, keine Ahnung, im familiären Umfeld Probleme gibt, Beraterprobleme oder finanzielle Probleme oder was auch immer, da soll er da sein, zuhören, vermitteln, mit den Spielern sprechen, so ein bisschen der große Bruder quasi spielen, also wenn es um die Spieler geht. Dann soll er zum anderen mit Fabian Wohlgemuth ein bisschen eingebunden werden, in Scouting zum Beispiel, ist in den ganzen Besprechungen dabei, auch in den Besprechungen, wo es zum Beispiel um die Ausrichtung der Mannschaft geht, um so grundsportliche Fragen, da soll er einfach mit ins Boot genommen werden und zu guter Letzt ist, glaube ich, seine dritte große Aufgabe, den Übergangsbereich von den Nachwuchsspielern in dem Profibereich zu verbessern, also im ständigen Austausch sein, mit Thomas Krücken, dem NLZ-Chef, mit Markus Rüth im Austausch sein, mit den U17, U19, U21-Trainern sprechen, dass da einfach die jungen Spieler, die rauskommen aus der VfB-Jugend, dass die es wieder leichter haben, den Anschluss zu schaffen, weil Christian Gentner hat klar gesagt, Leute, ihr kennt meine Geschichte, ich habe auch die ganzen VfB-Abteilungen durchlaufen in der Jugend, ich habe diesen Sprung geschafft und ich möchte anderen jungen Profis auch ermöglichen, dass sie diesen Sprung schaffen und ich glaube, das habe ich ihm abgekauft, auf jeden Fall, dass er sagt, ihm ist es sehr, sehr wichtig, dieser Jugendbereich und er will danach schauen, dass der Übergang wieder leichter wird für die jungen Profis, also gut möglich, dass wir in Zukunft wieder mehr Eigengewächse im Kader des VfB sehen, aber ganz so ungefähr mit diesen drei Aufgabenbereichen lässt sich der Job unterschreiben oder umschreiben, besser gesagt, wenn ihr da Interesse habt, klickt auf zvw.de slash vfb, ich habe einen Artikel geschrieben, lest euch nochmal rein, da ist glaube ich alles intensiv beschrieben. So ist es, wir hängen euch das natürlich in die Shownotes und würden gerne, beziehungsweise ich würde dich gerne so in den nächsten Themenbereich überleiten, wir haben eine Menge Frage bekommen, die die Entwicklung oder die Situation einzelner Spieler im Kader so ein bisschen abklopfen möchte. Da gibt es zum Beispiel den User Tobi H., der möchte wissen, wie ist denn der aktuelle Stand bei Ömer Beyers? Da für euch da draußen nochmal zur Einordnung, der war ja verliehen an den 1. FC Magdeburg, die stecken im Abstiegskampf der 2. Liga, dementsprechend kam der junge Mittelfeldspieler kaum zum Einsatz, die Laie wurde dann abgebrochen und bis man eine weitere Lösung gefunden hat, trainiert er jetzt wieder mit der VfB-Mannschaft, ist also auch in Spanien mit vor Ort. Simi, gibt es da was Neues bezüglich der Personalie? Schwierig. Ömer Beyers ist für mich tatsächlich eine schwierige Personalie, nicht weil er nicht kicken kann oder so, sondern weil ich über seine Rolle mir auch noch nicht ganz klar bin. Also, was auf jeden Fall offensichtlich im Trainingslager ist, er wird keine große prägende Rolle beim VfB spielen. Er gehört auf keinen Fall zu diesem 14, 15 Mann starken Grundgerüst, auf das Pellegrino Materazzo vertrauen wird. Ich schätze ihn eher so in die Rolle ein, Leon Reichhardt, Samuele Di Benedetto, also junge Spieler, die Potenzial haben, aber für die es aktuell eben noch nicht reicht. Und mein Eindruck von ihm, aber das ist auch einfach seine Persönlichkeit und er ist ja ein junger Profi, er ist sehr ruhig, er ist sehr verhalten, er zeigt kaum Emotionen auf dem Spielfeld, er sagt immer Hallo, er grüßt immer freundlich, das ist ein super netter Kerl, aber ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen die Galligkeit, die Gierigkeit, der Biss. Das gefällt mir zum Beispiel bei Samuele Di Benedetto, der bringt das alles mit, also der Junge gefällt mir, da können wir auch später nochmal drüber sprechen, aber bei Ömer Beyers ist es so, ich glaube nicht, dass der eine Zukunft beim VfB hat, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass der VfB ihn zurückgeholt hat, weil er das Gefühl hatte, diese Laie nach Magdeburg macht keinen Sinn, das mag ja auch sein, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er auch nur ansatzweise eine Rolle spielen wird, jetzt in dieser Rückrunde, unter Bruno Labbadia auch. Der Labbadia fordert ja von seinen Spielern mehr Kommunikation, mehr Reden auf dem Platz, mehr Gierigkeit, mehr Galligkeit, Körpersprache, der Wille, Einsatz, und da hinkt der Ömer Beyers einfach hinterher, also ich sehe überhaupt nicht, dass er eine Rolle spielt beim VfB aktuell, vielleicht ist es in ein, zwei Jahren anders, würde mich täuschen, wenn es so wäre, Danny, also würde mich wundern, aber aktuell keine Rolle, keine Chance, ist eher ein Mitläufer. Eine klare Einschätzung von deiner Seite, der User Paul Schorsch fragt nach der Personalie Tongi Koulibaly, da gab es ja diesen kleinen Disput mit Bruno Labbadia, war unzufrieden mit einer Abseitsentscheidung, hat sich lautstark beschwert und wurde vom Trainer daraufhin zum Duschen geschickt, es gab danach ein klärendes Gespräch, die Sache ist ausgeräumt und dennoch die Frage, ist diese Koulibaly-Nummer denn jetzt nur ein Sturm im Wasserglas oder zeichnet sich da vielleicht ein radikales Ende für den einen oder anderen ab? Das ist die Frage von Paul Schorsch. Kannst du sie ihm beantworten, Simi? Ja, und ich lehne mich wieder weit aus dem Fenster, Koulibaly ist Zeit beim VfB, ist vorbei. Er hat ja, glaube ich, Danny, wenn ich mich täusche, sein Vertrag läuft jetzt aus, im Sommer. Genau so ist es. Genau so ist es und es gibt überhaupt keine Anzeichen aktuell, dass der Vertrag verlängert wird. Also es gibt ja genug andere Spiele im Kader, wo der Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre und die Verträge bereits verlängert wurden. Bei Koulibaly ist es nicht der Fall. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Frust dabei. Ich glaube, Koulibaly weiß es irgendwie auch, dass die Uhr so ein bisschen tickt. Vielleicht gab es deswegen diesen Disput mit Trainer Labbadia. Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieser Disput vorbei ist, dieser Ärger. Den gibt es nicht mehr. Das wurde klar ausgesprochen. Koulibaly muss auch mit keiner Strafe oder so rechnen. Ich glaube, gestern nach der Einheit am Vormittag oder Nachmittag eines von beiden, ich weiß es gar nicht mehr, hat sich Labbadia den Koulibaly zur Seite gezogen. Nee, gestern Nachmittag. Weil am Vormittag war ja der Streit. Also am Nachmittag hat er ihn sich zur Seite gezogen, hat mit ihm mal zehn Minuten Vier-Augen-Gespräch geführt, ihm nochmal klar gesagt, was er von ihm will, was er von ihm erwartet. Ihm auch nochmal gezeigt, dass seine Körpersprache ihm nicht immer gefällt. Also Koulibaly tut ja manchmal so über den Platz schleichen mit hängenden Schultern. Da hat Labbadia ihm vorgemacht, ey, Brust raus, mach dich groß, mach dich breit. Also ich glaube, dass Labbadia, und den habe ich vorher gar nicht aufgezählt, bei den Verlierern Koulibaly, dass Labbadia mit ihm nicht plant, dass er da eigentlich keine große Rolle spielt, weil es gibt nicht mehr diese Wingbacker-Positionen, die Koulibaly spielen könnte. Links-Hinten, also linker Außenverteidiger ist er auch nicht, weil er defensiv zu schwach ist. Und in diesem Dreier-Mittelfeld ist er auch spielerisch einfach zu schwach, um da Akzente zu setzen. Das heißt, die einzigen Positionen, die ich für ihn sehe, sind in der offensiven Dreierkette, aber der hat ja absolut keine Chance gegen Thiago Tomas und oder gegen Silas. Also deswegen, Koulibaly, da würde ich auch wie bei Irma Beas sagen, die Zeiten sind eher rum. Der wird es wahrscheinlich im Spieltagskader schaffen, der wird wahrscheinlich immer mal wieder seine Einsatzminuten bekommen, aber ich glaube, ja, so richtig dicke Freunde werden er und Labbadia nicht. Nicht, weil sie sich nicht mögen, sondern glaube ich einfach, weil Labbadia mit ihm nicht so arbeiten kann, wie er will und dass er ihnen nicht zu diesem harten Kern zählt. Wobei man sagen muss, dass er jetzt nicht schlecht trainiert hat gestern. Also gestern hat man gemerkt, er war motiviert, der Koulibaly, der wollte es allen zeigen. Ist ja klar, wenn du am Vormittag aus dem Training fliegst, willst du am Nachmittag zeigen, dass es ungerechtfertigt war. Aber ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, Koulibaly's Zeit ist vorbei. Ja, ist ja auch eher ein Trainingslager zum Vergessen für ihn. Hat er ja auch diese Verletzung von Zagadou verursacht. Ich will jetzt da keine böse Absicht unterstellen, aber natürlich unnötig wie ein Kropf in der aktuellen Situation. Dann diese Szene, als er eingewechselt werden sollte gegen den FC Sion und dann seine Schienbeinschoner, glaube ich, vergessen hatte oder seine Stutzen, ich weiß gar nicht mehr genau. Glaubst du, dass dann in seinem Fall, wir haben es ja angedeutet, der Vertrag läuft im Sommer aus, ist er vielleicht sogar ein Kandidat, der jetzt im Winter den Verein verlässt, weil man dann ja noch eine Ablöse generieren könnte? Boah, schwierig. Also zum Thema Transfermarkt muss ich sagen, da blicke ich noch nicht ganz durch, was da passiert oder was da passieren soll. Natürlich würde es Sinn machen, ihn jetzt noch loszuwerden oder abzugeben, damit man noch einen kleinen Transferüberschuss bekommt. Ich glaube aber nicht, dass das passiert, weil Labbadia, glaube ich, eher der Trainertyp ist, der sagt, was ich kenne, ist mir lieb. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Ihn auch noch als Option trotzdem in der Hinterhand zu haben. Genau. Lieber habe ich einen Spieler, der die ganze Vorbereitung mitgemacht hat und der weiß eigentlich, was ich will, der weiß, worauf es ankommt, als dass ich ihn abgebe und einen neuen Spieler hole, den ich wieder neu integrieren muss. Also es macht ja gar keinen Sinn. Also wenn Labbadia sagt, er vertraut auf einen festen Kern von 14, 15 Spielern und muss diesen Kern halt verletzungsbedingt, gelb gesperrt, was auch immer, muss er diesen Kern ja ab und zu auch mal austauschen. Und wenn er da auf Spieler zurückgreifen kann, denen er vertraut, wo er weiß, die wissen, worum es geht, dann ist da Koulibaly einfach trotzdem eine Option aktuell. Also ich glaube nicht, dass Koulibaly hergegeben wird. Nö, glaube ich nicht. Okay, alles klar. Dann lass uns noch eine Personalie abklopfen, bevor wir weiter zu den Torhütern springen und dann anschließend auch noch über diese Transfergeschichten, den Stand der Kaderplanung sprechen. Der User Jürgen Schmidt fragt, wie siehst du die Entwicklung von Silas? Bringt er Unbeschwertheit und gleichzeitig Fokus und Ernsthaftigkeit unter einen Hut? Was ist dein Eindruck von ihm? Also ich glaube, Silas ist so der typische Sonnenschein. Wenn es läuft, dann strahlt er über beide Ohren, dann hat er richtig Bock am Kicken, dann macht er Witze, dann lacht er viel. Und also diesen Spaß, diese Unbekümmertheit, dieses Bock aufs Kicken, das bringt er auf jeden Fall mit und das ist eine Sache, die der Mannschaft sehr, sehr gut tut. Also diese Unbekümmertheit, die schadet dem VfB ganz sicher nicht. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, ich würde nicht sagen, er ist unprofessionell, das stimmt nicht, aber ihm fehlt der Rückwärtsgang, Danny. Ihm fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, dass er auch defensiv mitarbeiten muss, sodass er auch mal in Anführungszeichen im Kopf da ist. Ich habe das Gefühl, Silas schaltet oft ab. Also wenn die Situation vorbei ist oder so, dann schaltet er ab. Und dann gäbe es aber vielleicht ein, zwei Möglichkeiten, wo er dann doch nochmal in die Situation reinkommen könnte, weil es einen schnellen Ballgewinn gibt oder so und da schaltet er mir zu schnell ab einfach. Ja, alles Themen, die wir aus der Hinrunde kennen. Ich habe ganz viele Szenen im Auge. Gegentor in Wolfsburg, 0-1 damals. Das hat auch Matarazzo zur Verzweiflung getrieben. Also ich glaube, da hat sich grundsätzlich nichts geändert. Ich glaube schon, dass Labbadia mit seiner klaren Ansprache, mit seiner klaren Kante es vielleicht hinbekommen kann, dass er Silas so ein bisschen einfängt, dass er ihn so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich will ja nicht sagen, dass Silas irgendwie, dass er unprofessionell wäre, aber mir fehlt das Wort, Danny. Der ist so ein bisschen, der ist halt so vogelwild, der ist auf dem Platz, der hat Bock, der kickt, der geht ins Eins gegen Eins, der verliert einen Tripling und dann ist es halt so und dann bleibe ich vorne stehen und da fehlt so ein bisschen, ja, der Pascal Stenzel ist das genaue Gegenteil. Pascal Stenzel, Musterprofi, weiß, was er kann, weiß, was er nicht kann. Mir fehlt ein bisschen das Wort, aber helft es da vielleicht daran, dass das Labbadia ihn dann im 4-3-3 wirklich als reinen Offensivspieler vielleicht begreift, weil unter Matarazzo hat er ja häufig den rechten Wingback gespielt und musste ja diese defensiven Aufgaben noch mehr erfüllen als ohnehin zu. Und mir ist schon klar, dass im modernen Fußball alle Spieler, die auf dem Platz stehen, auch mit nach hinten arbeiten müssen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Silas im 4-3-3 deutlich weniger Defensivaufgaben zu verrichten hat, als in einem 3-5-2, das unter Matarazzo dann doch oft gespielt wurde. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu und ich glaube, das ist die große Chance, die Silas jetzt unter Bruno Labbadia hat, dass Labbadia ihm ein bisschen mehr Freiraum für die Offensive lässt. Dass er sagt, wir spielen 4-3-3, wir haben da die feste Viererkette, die steht schon mal, wir haben davor diese Dreierreihe im Mittelfeld, die viel laufen müssen, die auch viel die Flügel zulaufen müssen und dann hat Silas da so ein bisschen ein Konstrukt hinter sich, um sich rum, das ihm ein bisschen mehr Freiheiten in der Offensive einräumt. Ich glaube, das kommt ihm entgegen, ich glaube, das kommt ihm zugute. Also deswegen, um die Frage zu beantworten und abzuschließen, ich glaube schon, dass er unter Labbadia nochmal den nächsten Schritt machen kann, weil er freier aufspielen kann, weniger mit nach hinten arbeiten muss und ein bisschen einfacher kicken kann. Nicht so viele Aufgaben, nicht so viele Anforderungen im Kopf hat, oh und wenn der Sechser abkippt, muss ich nach hinten und so als Wingbacker. Ah, das war glaube ich ein bisschen zu viel für ihn. Der hat Bock auf Kicken, lass den kicken, lass den zocken, lass den ins Eins gegen Eins gehen, lass den trippeln. Das ist eine Stärke, die ihn ausmacht und binde ihn aber nicht zu sehr ein in so viele Defensivaufgaben und in so viele komplizierte Taktik-Nerds-Geschichten. Ich glaube, das ist zu viel für ihn als Fußballer und deswegen, glaube ich, kann ihm das auf jeden Fall helfen. Dann lass uns jetzt mal den Blick nach ganz hinten richten, zwischen die Pfosten. Eine ganz konkrete Frage vom User Milano. Plant Labbadia einen Torwartwechsel? Konkrete Antwort, nein, Danny. Es wird keinen Torwartwechsel geben. Florian Müller ist die Nummer 1. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu diskutieren. Es gibt auch überhaupt nicht den Anschein im Trainingslager, dass da irgendwas in die Richtung geplant ist. Flo Müller trainiert mit der ersten Elf. Wenn es diese Spielchen gibt, Spielaufbau von hinten raus. Wenn es darum geht, Bodenabstoß, wie stellt sich die Viererkette, wie stellen sich diese drei Mittelfeldspieler, ist immer Florian Müller im Tor. Wenn es im Abschlussspiel Reserve gegen Stammelf geht, ist immer Florian Müller im Tor bei der Stammelf. Im Testspiel gegen Sion war Florian Müller in der Startelf. Der wird auch morgen im Testspiel gegen Sparta Prag in der Startelf stehen. Da gibt es überhaupt keine Zweifel, dass Florian Müller die Nummer 1 ist. Eher der Nummer 2-Status ist, glaube ich, umkämpft. Da muss Fabian Bredlow, das habe ich ja vorher schon angedeutet, aufpassen, dass ihm Flo Schock da nicht überholt und muss da immer wieder in den Rückspiegel schauen. Also das könnte spannend werden, aber dass da ein Torwartwechsel geplant ist, ist auf keinen Fall. Ich glaube trotzdem, dass Labbadia nicht 100% zufrieden ist mit der Torwartssituation. Aber was soll er denn machen? Also es gibt keinen Torwart auf dem Markt, der jetzt sofort kommen könnte und dir sofort weiterhelfen würde. Es ist so, wie es ist. Florian Müller hat immer mal wieder seine Patzer drin, immer mal wieder seine Aussetzer. Und ich glaube, Bruno Labbadia will das auch gar nicht zum Thema machen und kann das auch gar nicht zum Thema machen, weil dann würde er Flo Müller ja nur in der Öffentlichkeit schwächen und das will er ja nicht. Also deswegen mit klarer Ansage auch mal klar sagen, Flo, das war jetzt scheiße von dir, das war ein Fehler, musst du besser machen, beim nächsten Mal machst du es besser, ihm Vertrauen geben, ihm diese Unsicherheit nehmen. Ich glaube, das ist das Ziel, weil Labbadia kann es nicht ändern. Flo Müller ist die Nummer 1, ob er es will oder nicht. Es gibt keinen besseren aktuell, es gibt keinen besseren, den du auf dem Transfermarkt holen könntest, weil du kein Geld hast. Also da passiert nichts. Es ist ein Problem, das kein Problem sein darf. Ich finde, du hast es gut nochmal umschrieben und glaube ich, das ist eher eine Diskussion, die sich dann im Sommer führen wird. Also je nachdem, welche Spielklasse der VfB Stuttgart dann auch hat, ob man dann vielleicht nochmal sagt, okay, auch auf der Torhüterposition machen wir nochmal einen Restart. Aber das ist Zukunftsmusik, genauso wie das Thema Kaderplanung. Für die Kaderplanung ist jetzt seit, ja gut, einem Monat würde ich jetzt mal sagen, der Fabian Wohlgemuth verantwortlich, der Herr, der mir immer noch nicht ganz geläufig ist. Ich schreibe immer noch manchmal in Texten oder so aus Versehen, Frank, das habe ich mir irgendwie schief mal angewöhnt. Wie nimmst du denn den Fabian Wohlgemuth wahr? Du nimmst ihn jetzt ein bisschen näher kennen, bist oft im Austausch mit ihm. Das ist auch die Frage von Luis Lopez. Wie ist dein Eindruck von Wohlgemuth? Beschreib ihn doch mal ein bisschen. Also mein Eindruck ist, dass Fabian Wohlgemuth ein Top-Typ ist. Also der ist frei raus, hat ja Berliner Schnauze, der sagt, was er denkt, der sagt, was er fühlt, der tut da nicht lange rumeiern, irgendwie diplomatische Worte wählen. Der kackt dich auch mal an auf dem Trainingsplatz. Also der haut dir auch mal auf die Schulter und sagt dir, ey, der Text jetzt gestern, der hat mir nicht so gepasst oder so. Also der eiert überhaupt nicht rum. Der trifft klare Aussagen, du weißt genau, was du an ihm hast. Und ich komme gut mit dem klar persönlich. Also Bruno Labbadia ist da so ein bisschen nicht professioneller, aber Bruno Labbadia ist seit... Distanzierter vielleicht? Ja, distanzierter. Bruno Labbadia macht das seit 40 Jahren. Der kennt jeden Kniff in dem Business. Der, ja, sieh Arschloch, sagt sich schwerer als du Arschloch, so nach dem Motto. Fabian Wohlgemuth ist viel offener, ist viel naher für uns als Journalisten auch. Quatsch mit uns am Rande vom Trainingsplatz. Er macht auch mal einen Witz mit uns. Wie gesagt, gibt uns so einen Klaps mit oder sowas. Demletzt kann ich mich erinnern, war ich am Trainingsgelände und musste Bilder von Florian Müller machen. Hab mich dann so hingekniet auf meine Jacke, um bessere Bilder zu machen. Dann lief der da mir vorbei und macht sich so ein bisschen witzig über mich, dass ich da so in Manier mich da hinknie und ob ich dann nicht nachher irgendwie Betreuung von den Physios brauche oder sowas. Also der ist ein cooler Typ. Er ist witzig. Ich glaube, er kann mit den jungen Spielern gut umgehen, weil er denn ihre Sprache auch so ein bisschen mitgehen kann. Er ist ein bisschen flapsig manchmal, haut manchmal so mit schwarzem Humor einen Witz raus. Er ist ein super Typ. Ich komme toll mit ihm klar. Also ja, klasse Typ, kann ich gar nichts sagen. Dann lass uns doch mal ans Eingemachte gehen. Der User Dome Marina fragt, was wird in Sachen Transfers noch passieren? Und der User Eli White hat daran anschließend die Frage, wenn Transfers finanziell möglich wären, wo sollte der VfB im Winter nachbessern? Ja, jetzt kommen wir eben an den Punkt. Also ich habe gerade Fabian Wohlgemuth beschrieben als Person, als Charakter. Würde ich sagen, super. Als Thema Sportdirektor kenne ich ihn einfach zu wenig. Also er macht den Job jetzt ja erst seit ein paar Wochen. Ich weiß nicht genau, was ist seine Philosophie. Er hat noch keinen Transfer in dem Sinne getätigt, dass man sagen kann, okay, das ist seine Handschrift. Er hat einen Kader vor sich, für den er nichts kann. Also er hat den Kader nicht zusammengestellt. Ich glaube, seine Rolle ist jetzt erstmal den Kader zu begutachten, auch im Trainingslager zu schauen, welche Profis können was, welche Profis haben Potenzial, wo sind vielleicht Positionen in der Mannschaft, die man verbessern muss oder wo man nochmal nachbessern muss. Und zur ersten Frage, passiert da was? Also Stand jetzt, passiert gar nichts. Und das hat einfach und alleine damit zu tun, dass der VfB kein Geld hat. Also die Kassen sind leer beim VfB, Danny. Ich erinnere mich da glaube ich an den Artikel in der Stuttgarter Zeitung, wo es darum ging, dass Zagadou drei Millionen Handgeld bekommen hat und der Berater von Zagadou auch nochmal. Also da hat Sven Wissner auf seine letzten Meter nochmal ordentlich Geld rausgegeben, für nicht Transfers, sondern eben für Berater und für Handgeld. Und da ist jetzt Wohlgemut so ein bisschen der Depp, weil er eine leere Kasse vor sich hat. Und hätte natürlich gerne jetzt im Winter schon ein paar Transfers getätigt, um der Mannschaft so ein bisschen seinen Stempel auch aufzudrücken. Kann er aber nicht, weil sie haben einfach kein Geld. Und das heißt, wenn sie jemanden kaufen wollen würden, müssen sie erst verkaufen. Dann ist aber die Frage, wen? Wen wollen sie denn verkaufen? Also ja, Borna Sosa ist ein Kandidat, der im vergangenen Sommer ja schon als Wechselkandidat gehandelt wurde, aber der ist jetzt verletzt gerade. Also es ist völlig unklar, wann er wieder zurückkommt zur Mannschaft. Ist er überhaupt so fit, dass er im Wettbewerb spielen kann? Wer kauft denn den verletzten Spieler? Konstantinos Mafropanus war auch lange verletzt, gilt auch als Wechselkandidat, als möglicher Wechselkandidat, aber nach der Verletzung von Zagadou brauchst du eigentlich jeden Innenverteidiger im Team. Also dadurch, dass sich Daxo verletzt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mafropanus geht, extrem gesunken. Und natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sosa geht, ist gesunken, weil Hiroki Ito war als Linksverteidiger eingeplant im Trainingslager, hat es auch gut gemacht als Linksverteidiger, muss jetzt aber IV spielen. Weil Zagadou ausfällt, das heißt, links hinten ist wieder eine vakante Position. Und dann wäre ich wieder bei dieser Eingangsfrage vorher mit Koulibaly, vertraue ich lieber auf einen Spieler, der schon hier in Stuttgart ist, der die Mannschaft kennt, die Strukturen kennt, die Spieler kennt, also Sosa und Mafropanus, oder verkaufe ich halt irgendeinen von beiden für 12, 13, 14, 15 Millionen, mache ein bisschen Transferüberschuss, stopfe mit 7, 8 Millionen die Kassen und hole mir noch einen neuen Linksverteidiger für 3, 4 Millionen. Das heißt ja aber, der muss sich erstmal wieder einfinden, der muss erst Labbadia kennenlernen, der muss erst den Kader kennenlernen, das dauert viel zu viel Zeit und es ist Zeit, die der VfB nicht hat. Also ich glaube, dass nicht viel passieren wird, weil der VfB weder Sosa noch Mafropanus aufgrund der dünnen Personaldecke unbedingt verkaufen will und auch, weil kein Geld da ist für neue. Also ich glaube, dass gar nicht viel passieren wird im Winterdenning. Würde weniger Arbeit für uns bedeuten, könnte ich also so direkt unterschreiben. Sind wir mal gespannt, man darf das Thema mit dem Transfermarkt natürlich nie komplett zumachen, aber ich finde gerade bei den Personalien Sosa und Mafropanus, da kommt diese Verletzungsanfälligkeit einfach mit rein. Du hast vorhin den richtigen Satz gesagt, wer kauft denn einen verletzten Schrägstrich angeschlagenen Spieler? Also da bin ich auch sehr, sehr skeptisch und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich auf der Zugangsseite erst recht nichts tut und auf der Abgabenseite beim VfB Stuttgart dann auch nichts. Das lässt mich jetzt überleiten nach einer knappen Stunde Semi zu unserem ja finalen Punkt möchte ich fast sagen, nämlich die Talente, die im Trainingslager mit dabei sind. Du hast gestern am Dienstagabend in einem Text ein bisschen aufgearbeitet, es sind ja doch einige Jungprofis mit dabei und da kamen gleich einige Fragen, das ist ein großes Thema, das treibt viele Fans um, unter anderem Leon Gassmann oder der User at Chris, die wollen denn einfach wissen, wie schlagen sich denn diese Talente und wer ist denn schon so weit, dass er eventuell mithalten kann beziehungsweise, dass wir ihn vielleicht in der Restrunde das ein oder andere Mal auch im Kader sehen können. Ja, auch ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, deswegen habe ich gestern noch diesen Artikel geschrieben, also wenn ihr mehr wissen wollt, schaut euch diesen Artikel an. Ich glaube, bei den Eigengewächsern muss man ganz, ganz stark unterscheiden zwischen Spieler, die Potenzial haben, jetzt schon bei der Mannschaft mitzuspielen, Spieler, die grundsätzlich das Potenzial haben, da mal reinzurutschen und Spieler, wo ich eher nicht das Potenzial sehe. Ich glaube, der Spieler, der jetzt schon als Profi kicken könnte, ist Lilian Eglow und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Junge alles mitbringt, was Technik, was Spielverständnis, was Spielwitz, was auch Körperlichkeit angeht und bei ihm ist leider so, ich glaube, Lilian Eglow wird so ein bisschen der Unvollendete im VfB-Nachwuchs werden, so habe ich es auch angetitelt im Artikel, weil der Junge hatte viel Pech am Anfang seiner Karriere, hatte viele Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben, aber das ist jetzt eigentlich keine Ausrede mehr, weil er seit Monaten fit ist. Er hat eine super Sommervorbereitung gespielt, Danny, du warst ja dabei im Allgäu, hat sich gut geschlagen, stand immer wieder auf dem Sprung in die Startelf, aber hat es irgendwie nie geschafft und Pellegrino Matarazzo hat ihm ja manchmal taktisches Fehlverhalten vorgeworfen, dass er sich da noch verbessern muss, also es gab immer wieder irgendwie Gründe, warum er es nicht schafft und ich habe dann Labbadia, glaube ich, vorgestern nach dem Testspiel, nee, das war am Sonntag, keine Ahnung, ich glaube Sonntag war es, nach dem Testspiel bewusst gefragt, wie sieht es mit Lilian Eglow aus, was ist da ihre Meinung dazu, weil ich habe das Gefühl, er spielt noch keine große Rolle und dann sagt er ganz klar, ja, der Junge, der muss eine Schippe drauflegen, also der bringt alles mit, um bei uns sofort zu kicken, noch nie war es so einfach, aufgrund der dünnen Personaldecke reinzurutschen, aber da kommt zu wenig, also Labbadia hofft, dass der da Junge, dass der noch eine Schippe drauflegt, dass der noch ein bisschen mehr Engagement an den Tag legt, dass der noch ein bisschen mehr Wille, mehr Biss an den Tag legt, weil irgendwie, ich beobachte ihn manchmal im Training, ist es alles so ein bisschen Larifari, ist so nix Ganzes und auch nix Halbes, es gibt immer wieder Szenen in Spielform, wo ich denke, ey, der Junge ist begnadet, der kann unglaublich gut kicken und dann gibt es wieder Szenen, wo er Hacke, Spitze 1, 2, 3 und dann mal einen lockeren Außenrisspass und dann hält er den Ball zu lange, also Eglow hat alles, was es braucht, um als Profi beim VfB durchzustarten und den Durchbruch zu schaffen, aber er kriegt es nicht umgesetzt und ich glaube, dass Labbadia ihn deswegen bewusst so angegangen ist, auch vor uns in der Presse, um ihn nochmal so anzustacheln, so Junge, du hast alle Voraussetzungen, also nutze sie doch bitte und das, was du gerade machst, das reicht nicht, das ist zu wenig, da muss mehr kommen, also Lee Eglow, das tut mir echt weh, weil ich sehe, der hat Potenzial, aber dem fehlt der Biss, also wenn der das Mindset von dem Pascal Stenzel hätte, dann würde ich dir versprechen, dann würde der sofort auf einer dieser Achterpositionen im Mittelfeld spielen, da lege ich die Hand für ins Feuer, aber ist leider nicht so, dann ist er mittlerweile auch, sorry, dass ich dazwischen gehe, also er ist in An- und Abführung schon 20 und er versucht sich jetzt eben schon mehrere Jahre an diesem Sprung, diesem Sprung aus dem Jugendbereich dauerhaft in den Profikader und das wurde mehrfach ausgebremst aufgrund von bitteren Verletzungen immer zu einem ganz blöden Zeitpunkt und eben jetzt, beziehungsweise, ja, jetzt ist es, auch im letzten Sommer war es schon so, da war er körperlich eben fit und wenn es dann eben an den von dir genannten Punkten scheitert, dass er den Sprung in den Bundesliga-Kader schafft, irgendwann wird sich die Frage stellen, ob er denn, wie von dir genannt, der Unvollendete wird und ich teile da einen Eindruck beziehungsweise, ich fände das extrem schade, weil fußballerisch bringt der Junge so unfassbar viel mit und er wäre natürlich auch mal wieder so, ja, Talent aus der Region ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, kommt ja aus Heilbronn ursprünglich, aber ja, einer, der aus dem eigenen Nachwuchs mal wieder so dauerhaft den Sprung in den Profikader schafft und dort dann zu einer großen Nummer wird, das hatte der VfB eben in den letzten Jahren wirklich selten und deswegen ist glaube ich da die Hoffnung einfach umso größer bei den Fans, aber vermutlich auch bei den VfB-Mitarbeitern im Nachwuchsbereich. Absolut, absolut, Danny und dann würde ich Lilian Eglow so ein bisschen beiseite schieben und mich um die Spieler kümmern, die aus meiner Sicht großes Potenzial haben, aber wo es jetzt noch ein bisschen zu früh ist. Ich fange da an mit Florian Schock, dem Torhüter, ich glaube nicht, dass er bereit ist für die Nummer 1 und aktuell zwischen den Pfosten stehen könnte, ich glaube aber sehr wohl, dass er in absehbarer Zeit vielleicht im Sommer dann die Nummer 2 werden könnte. Ich finde, der Junge bringt alles mit. Also erstmal, der Typ ist ja ein Riese, der ist ja ein Bär, also wenn der vor dir steht im Training, der ist zwei Meter groß, der hat ein Riesenkreuz, das ist schon eine Wucht, also da kommt schon ein Riesentorhüter auf dich zu. Ich stelle mir da vor als Stürmer, wenn der aus dem Tor kommt und das Tor kleiner macht, spitzer Winkel, also da wird es schnell dunkel, also ich glaube, das ist schon mal eine unglaublich imposante Statur, die er mitbringt und dann finde ich, der hat ja eine Riesenspannweite, also wenn der sich breit macht, Danny, der bringt einfach alles mit, der hat die Körperstruktur à la Manuel Neuer, groß, kräftig, kommt schnell raus, gut im Flankenabfang, also der bringt ganz, ganz viel mit, um auf dem Niveau zu spielen, aber hatte ja in letzter Zeit auch ein bisschen Pech mit auch ein paar Verletzungen und dann hatte er, glaube ich, Corona zu einem Zeitpunkt, wo es total blöd war und konnte deswegen irgendwie auch mal nicht mittrainieren und war nicht im Profikader dabei, also das ist ein Spieler, wo ich wirklich sage, der bringt ganz viel mit. Aber Simi, darf ich da auch ganz kurz, ich würde gerne mal widersprechen, habe ich in der Folge, glaube ich, jetzt sehr selten gemacht, ich glaube, es wäre für ihn kein guter Schritt, wenn er im Sommer die Nummer zwei wird, weil dann spielt er nicht. So, und ein junger Torhüter muss spielen, der braucht diese Spielpraxis, der braucht die Wettkampfhärte, es ist einfach ein himmelweiter Unterschied, ob du eine Flanke in einer Spielsituation runterpflücken musst oder ob du die Flanke im Training gegen irgendwelche Plastikmännchen verteidigst. Ich teile deine Einschätzung komplett zu dem, was er mitbringt, was sein Potenzial ist. Ich glaube nur, dass es für ihn in seiner persönlichen Entwicklung nicht der richtige Schritt wäre, sich dann als nächsten Step quasi eine Saison auf die Bank zu setzen. Ich könnte mir bei ihm eher vorstellen, das ist einer für eine Laie in die zweite, vielleicht auch in die dritte Liga und da dann mal wirklich 34 Spiele absolvieren auf absolute Profi-Niveau unter Wettkampfbedingungen, unter Wettkampfhärte. Das wäre meiner Meinung nach der nächste richtige und wichtige Step, bevor Florian Schock dann eventuell perspektivisch auch die Nummer eins irgendwann mal in Angriff nehmen kann. Also, dann sage ich da gar nicht mehr viel dazu, Danny. Danke für die Erkennung. Kannst du dem ehemaligen Amateur-Torhüter jetzt nicht widersprechen? Verstehe schon. Nee, Danny, da spreche ich dir nicht. Torhüter, das ist deine Position da. Da will ich gar nicht reinreden, das wäre auch blöd, wenn ich da irgendwas sagen würde. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsspieler. Mein Lieblingsspieler im Trainingslager, ich habe ihn nicht genannt bei den Gewinnern des Trainingslagers, weil Gewinner ist für mich ein Spieler, der dann auch Startelf spielt, aber mein Lieblingsspieler in diesem Trainingslager ist definitiv Samuele Di Benedetto. Der Junge macht richtig Spaß. Ich stand vorher in der Vormittagseinheit, da gab es ja diese Spielform mit, was war es glaube ich, sechs gegen sechs oder so, zwei Tore mit Wandspielern, enges Feld, schnelle Torabschlüsse, gute Technik gefragt. Da stand ich mit dem George Moisides vom Kicker, habe ihm die Benedetto zugeschaut, habe zu gesagt, George, ey, der Junge, das macht richtig Bock, dem zuzukicken und zuzuschauen. Und der George, der das Business ja seit gefühlt 40 Jahren macht, hat auch gesagt, also feiner Techniker, feiner Fuß, super Kerl. Der gefällt mir richtig, der macht mir richtig Spaß, dem schaue ich gern zu. Der ist ja relativ kleiner Spieler, relativ leicht auch, der ist gefühlt im Kopf kleiner als ich und ich bin ja auch nicht der Riese, hat eine dünne, eine schlanke Statur, aber das ist so ein richtiger Bohrer. Also der spielt da im Mittelfeld, hat ein feines linkes Füßchen, ist ständig in Bewegung, ständig unterwegs, läuft viel, steht den Spielern immer wieder auf die Füße, kretscht auch mal rein, tut auch mal irgendwie einen Fuß hinhalten, dass es dem Gegner wehtut. Also der bringt so eine Gierigkeit, eine Galligkeit, so eine kleine, das ist so ein giftiger Zwerg so ein bisschen. Das meine ich gar nicht respektierlich, sondern eigentlich nur echt sehr gut. Und das ist so ein bisschen was, wenn Disli Eglow hätte, dann wäre Eglow jetzt schon Stammspieler so. Und das bringt Samuel Di Benedetto mit. Der Spielwitz, Spielintelligenz, wie der den Ball behandelt. Und der Idee ist 17, Danny. Also das ist ein unfassbares Talent, das der VfB da hat. Zum Glück hat der VfB dieses Talent an sich gebunden. Wobei ich bei ihm leider sagen muss, diese Körperlichkeit könnte, könnte irgendwann ein Problem werden. Er ist schmächtig, klein. Wenn da der Waldemar Anton im Zweikampf gegen den Benedetto steht, der blockt den halt einfach weg. Also da hat er noch keine Chance. Wenn er da zulegt, wenn er ein bisschen schwerer wird, wenn er Gewicht zulegt, Muskeln zulegt, das ist ja so ein bisschen ein schmächtiges Kerlchen, würde ich fast schon sagen. Dann hat er eine riesen Zukunft beim VfB. Dann kann der im nächsten Jahr, also nächste Saison, dann kann der da eine ernsthafte Option, dauerhaft auch für den Spieltagskader sein. Jetzt würde ich sagen, ist es noch zu früh. Es ist halt ein junges Kerlchen, der ist noch nicht für Fußball-Bundesliga geschafft, auch nicht für Abstiegskampf. Ich glaube, da würde man ihn total verheizen. Der wäre da auch teilweise überfordert. Aber lass den die nächsten zwölf Monate jede Woche bei den Profis mittrainieren. Dann macht er einen körperlichen Sprung, dann macht er nochmal einen spielerischen Sprung und dann ist es ein Spieler, mit dem du echt gut arbeiten kannst. Und also auf den habe ich richtig Bock, Danny. Auf Samuele Di Benedetto habe ich richtig Bock und fast genauso Bock habe ich auf Thomas Castanaras, so mein Spieler Nummer 3 in dieser Kategorie. Gute Möglichkeiten, gute Chancen, aber noch nicht für jetzt. Das ist ja ein Torjäger, der hat ja glaube ich die A-Jugend in der Bundesliga beim VfB komplett zerschossen, hat da Tore am Fließband gemacht und jetzt ist er eben beim VfB, hat mit Bruno Labbadia ja einen ehemaligen Top-Stürmer als Trainer, der ihn versteht, der weiß, wie Stürmer ticken, der weiß, was er braucht und da hat Bruno Labbadia nach dem Testspiel gegen Sion, wo Castanaras ja getroffen hat, auch gesagt, super, dass der Junge sich belohnt hat, der läuft unglaublich viel, der ackert, der arbeitet viel, manchmal muss er noch in gewissen Situationen ein bisschen Ruhe bewahren, auch mal den Ball nach hinten spielen, ein bisschen Übersicht gewinnen, vorm Tor noch klarer werden, das hat er klar gesagt, aber der Vorteil bei Castanaras ist, glaube ich, dass Labbadia gemeint hat, er weiß genau, wo er bei Thomas arbeiten muss, also er weiß genau, welche Knöpfe muss er drücken, an welchen Stellschrauben muss er drehen, damit Thomas Castanaras ein super Bundesliga-Stürmer wird und ich glaube, dass er sogar die Option hat, zur nächsten Saison, vielleicht auch schon gegen Ende dieser Saison, Stürmer Nummer zwei zu werden, weil ich habe es ja vorher angesprochen, Luca Pfeiffer ist eher so der klassische Boxstürmer, der den Ball in der Box braucht und es ist aber beim 4-3-3 nicht so gefragt, er muss mehr rotieren, muss mehr auf die Flügel und das kann Thomas Castanaras, der kann das Laufpensum gehen, der kann diese Laufwege auch mitmachen, kann auf die Flügel ausweichen, kann auch auf den Halbpositionen spielen und ich glaube, der hat ja einen entscheidenden Vorteil gegenüber Luca Pfeiffer und ich glaube auch, dass Bruno Labbadia den Jungen sehr, sehr hoch schätzt, sehr viel von ihm hält und das ist ja schon mal super, wenn du als Spieler weißt, der Trainer schätzt dich, der will dich pushen, der will dich zum nächsten Schritt auch zwingen im Training und Thomas Castanaras ist wahrscheinlich von den jungen Spielern der, der am nächsten schon an einem Einsatz in der Bundesliga dran ist, weil er einfach so viel mitbringt und das ist von die Benedetto und von Schock eigentlich der Spieler, wahrscheinlich auch vor Lee Ekloff der Spieler, der von den Eingewächsen potenziell gegen Mainz schon eingewechselt werden kann oder siehst du das anders? Ne, ich finde, ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, diese Verbindung zwischen diesem erfahrenen Trainer und diesem jungen Stürmer und diesem erfahrenen Trainer, der selber ein absoluter Ausnahmestürmer war. Ich glaube, das ist so im persönlichen Gespräch schafft es nochmal eine andere Ebene, die jetzt, das soll nicht Pellegrino Matrazo oder so abwerten, aber der war halt einfach nur, der hat es nie so richtig in dem Profifußball geschafft als aktiver Spieler und ich glaube einfach, wenn der Bruno Labbadia ankommt am Trainingsplatz und dem Thomas Castanaras noch so ein paar Tipps mitgibt und sagt, du pass mal auf, ich weiß meine Zeit, das ist 30 Jahre zurück, aber ich habe auf dem Niveau gekickt, ich weiß, was das bedeutet, den Ball in der Box zugespielt zu bekommen, wie ich mich drehen muss, wie ich mich bewegen muss. Ich glaube, dass das nochmal ein Faktor sein kann, wenn so ein junger Spieler dann von so einem erfahrenen Trainer, der selber auf so einem hohen Niveau gekickt hat, was mitnehmen kann und deswegen teile ich deine Einschätzung voll und ganz, dass wir mit Castanaras jemanden haben, der auf jeden Fall eine Joker-Rolle einnehmen kann, vielleicht sogar in dem einen oder anderen Spiel mal für eine Überraschung gut ist und vielleicht sogar auch mal, das ist ja dann auch mal personalabhängig, gegnerabhängig, was ist mit Girasie, wie will der Trainer überhaupt das angehen, könnten wir ihn vielleicht sogar mal von Beginn an sehen, aber auf jeden Fall wird er eine Rolle spielen in der Rückrunde, ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt fehlt uns, glaube ich, aber noch einer, der Leon Reichert, Simi, kannst du vielleicht zu Leon Reichert abschließen, noch zwei, drei Sätze sagen? Genau, das wäre nämlich die dritte Kategorie, die ich ja noch offen habe in meiner Aufzählung, nämlich die jungen Spieler, wo ich eher auch aktuell nicht und auch jetzt im nächsten Jahr vermutlich eher nicht die Möglichkeit sehe, dass der einen Stich macht. Das ist leider Leon Reichert, der für mich nicht so auffällig ist im Trainingslager, der alle Einheiten mitmacht, der in der Regel auch immer bei der zweiten Garde quasi mitmacht, auf jeden Fall nicht in dieser Startelf-Formation und der so ein bisschen hinten runterfällt. Das klingt jetzt ein bisschen böse und das meine ich aber so gar nicht, weil man kann ihm überhaupt nichts unterstellen. Er ist mit vollem Einsatz dabei, er lauscht jede Ansage von Bruno Labbadia ganz genau, versucht es immer umzusetzen, ist immer mit 100% Einsatz am Start, aber irgendwie habe ich anders als bei Samuele Di Benedetto nicht so das Gefühl, dass er sich so extrem zeigen kann und auch so heraussticht, weil das Problem ist ja und das haben diese jungen Spieler, Bruno Labbadia vertraut auf diesen Kern, das sage ich jetzt glaube ich schon zum 835. Mal in dieser Folge, aber es ist einfach so, dass Labbadia 14, 15 Spieler hat denen er vertraut und die spielen dann auch, die spielen in den Testspielen, die lässt er bei den Trainingsspielchen immer zusammenspielen und da ist gar kein großer Raum für die Eigengewächse da rein zu rutschen in dieses Konstrukt und das weiß Labbadia auch, das sagt er auch, der hat am Rande vom Testspiel gegen Sior gesagt, ja, ihm ist schon bewusst, dass das gerade eine schwierige Situation für die jungen Spieler ist, aber es ist einfach keine Zeit für Experimente gerade, er muss die Spieler, die für ihn in Frage kommen, für die ersten sechs Bundesligaspiele, denen muss er Spielzeit geben, die müssen diese Spielhärte zurückgewinnen, die müssen wissen, was es bedeutet, zu 11 auf dem Platz zu stehen, wie reagiert der andere, wie läuft der andere, was für Laufwege habe ich, kann ich meinem Mitspieler vertrauen, hält er mir den Rücken frei, also das sind ja ganz wichtige Automatismen und Abläufe, die da in der Mannschaft greifen müssen, deswegen kann ich das völlig nachvollziehen, dass Labbadia so handelt, aber Leon Reichert ist eben einer, der unter diesen Maßnahmen leidet, Samuele Di Benedetto hat es halt geschafft, in diesen drei, vier Situationen, wo die Chance dann da war, da hat er zugegriffen und hat zum Beispiel im Trainingsspiel jetzt auch, wo, ich glaube gestern oder vorgestern war es, ich glaube ich gestern, wo Nikolas Nathai geschont wurde, der hatte so ein bisschen muskuläre Probleme und da hat dann Di Benedetto als Linksverteidiger gespielt, obwohl ja Leon Reichert eigentlich auch Linksverteidiger ist, also da hat es Leon ein bisschen verpasst, die Chance zu nutzen, die Gunst der Stunde zu nutzen, da hat dann Di Benedetto einfach überzeugt und hat diese Chance bekommen, also der fällt so ein bisschen hinten runter und wer leider auch hinten runterfällt, ist Lauren Ulrich, was mir total leid tut für den Jungen, der war ja auch im Trainingslager dabei, hatte da eine schwere Erkältung, Krippe, musste frühzeitig abreisen, das war ja auch so ein Spieler gewesen für diese vakante Achterposition in diesem Dreiermittelfeld, der da potenziell hätte spielen können, der jetzt aber leider zu Hause sitzt und mit ansehen muss, wie sein Kumpel Samuele Di Benedetto da die Chance nutzt und im Kader steht und sich da in den Bereich von einem Spieltagskader reinspielt, das ist natürlich hart, aber so ist das Fußballbusiness und ich glaube, dass ja Leon Reichert und Lauren Ulrich so ein bisschen abfallen in diesem Nachwuchs-Check, den wir hier machen, aber um das zum Abschluss zu bringen, Danny, auf Samuele Di Benedetto, den würde ich ganz besonders im Auge behalten, der macht richtig Bock, der macht richtig Spaß, ein kleiner, flinkes Kerlchen, hat richtig Bock aufs Kicken, da werde ich auch auf jeden Fall im Testspiel gegen Sion nochmal drauf schauen und vielleicht kriegt Samu ja die Chance, jetzt gegen Sparta Prag auch ein paar Minuten zu kicken, ich würde es dem Jungen gönnen und würde da natürlich dann ganz genau hinschauen. Ganz genau hingeschaut hast du bislang jetzt ganz wunderbar für uns, für unsere Leserinnen, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Simi, vielen, vielen Dank, wir haben uns jetzt wirklich lange, lange Zeit genommen, über eine Stunde haben wir gequatscht, fast 20 Minuten lang nur die Nachwuchsspieler unter die Lupe genommen, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, weil wir da einen guten Mehrwert liefern können, indem wir dich vor Ort haben, Simi, also dahingehend schon mal vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, vielleicht zum Abschluss dieser Folge, jetzt ist ja Mittwoch, wir zeichnen Mittwoch auf, es ist trainingsfrei, jetzt kannst du auch mal kurz durchschnaufen, weil ich mich um den Podcast sozusagen kümmere, was steht denn überhaupt noch an jetzt in den restlichen anderthalb Tagen rund um dieses Testspiel gegen Sparta Prag, Wann ist die Rückreise, wann wird nochmal trainiert? Genau, also die letzten Tage, die sind eigentlich total ausgerichtet aus dieses Testspiel gegen Sparta Prag, weil es ist ja der letzte Härtetest vor dem Bundesliga-Restart dann am kommenden Samstag, also das ist schon nochmal elementar für Bruno Labbadia, um zu sehen, wie weit ist eine Mannschaft, wie sind die Abläufe, wie sind die Automatismen, was greift, was greift noch nicht, wo muss ich nochmal ansetzen, und genau aus diesem Grund hat Labbadia seiner Mannschaft glaube ich heute Nachmittag, also Mittwochnachmittag, auch nochmal freigegeben, weil man hat schon gemerkt heute in der Vormittagseinheit, die Spieler waren schon ziemlich blatt, also sie waren schon ziemlich kaputt, weil gestern war noch eine richtig knackige Einheit am Vormittag und am Nachmittag, man hat halt morgen schon gemerkt, da fehlen dem einen die einen oder anderen Körner, die schnaufen ein bisschen durch, da geht die Puste schneller aus und damit eben morgen bei diesem Testspiel nochmal 100% da sind und jeder nochmal Vollgas gibt es glaube ich heute Nachmittag trainingsfrei, das heißt morgen Vormittag wird es dann nochmal eine kleine Einheit geben, also zum Beispiel vor dem Sior-Test-Spiel haben sie dann nochmal Standards geübt, wo du ja dann auch nicht viel laufen musst, sondern eher so nochmal im taktischen Bereich arbeiten, ich glaube das steht morgen auf dem Programm, vielleicht nochmal ein bisschen Spielaufbau mit der Viererkette, ein bisschen offensive Abläufe mit den zwei Dreierketten, das könnte ich mir gut vorstellen und dann ist ja am Nachmittag 16 Uhr live bei Sky, Übertragung, ist das Testspiel gegen Sparta Prag, dann ist danach nochmal eine Presserunde, wahrscheinlich mit Bruno Labbadia, wir hoffen, dass Nikolaus Nathai sich dann auch nochmal meldet, den haben wir schon seit zwei, drei Tagen angefragt, ob der sich mal, ob der mal mit uns sprechen möchte, bisher war es noch nicht der Fall, vielleicht kommt Fabian Wohlgemuth nochmal vorbei und dann können wir quasi nochmal ein Trainingslager-Fazit ziehen und am Freitag ist eigentlich wie ein Tag nach einem Bundesligaspiel, da wird es Auslaufen geben, morgens für die Spieler und dann geht es nachmittags, ich glaube 14 oder 15 Uhr meine ich, ist der Rückflug von den Spielern, vielleicht auch schon früher, ich werde am Freitag um 13.30 Uhr oder so glaube ich, geht mein Flieger zurück in die Heimat, das heißt für mich jetzt auch nochmal, jetzt haben wir Mittwoch 15 Uhr, Freitag 15 Uhr sitze ich im Flieger, also nicht mal mehr 48 Stunden, dann ist es für mich hier auch schon wieder vorbei, ja, ich glaube, das war eine spannende Zeit, Danny, ich werde heute Mittag ein bisschen Bilder sortieren von der Kamera, nochmal ein bisschen Bilder verschlagworten, nochmal einen Artikel vorbereiten für heute Abend und dann morgen Testspiel und Freitag geht's heim, also es geht Schlag auf Schlag und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen, ich hoffe, ich konnte euch Einblicke geben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr findet mich auf Social Media, Twitter, Instagram und Co., schreibt mich einfach an, schreibt mir eine Mail an vfb at zvb.de, gar kein Problem, ich stehe gerne im Austausch und solltet ihr zufällig in Marbea sein, morgen beim Testspiel sein, quatscht mich an, sprecht mich an, bin immer dafür zu haben und dann, ja, Danny, haben wir noch irgendwas? Habe ich irgendwas vercheckt? Willst du noch irgendwas wissen? Keine Ahnung. Du hast überhaupt nichts vercheckt, ich muss dich loben, nach so vielen Tagen im Trainingslager und es ist ja dein Premieren-Trainingslager, du bist nur so klar in der Birne, so gut strukturiert, so gut war ich nach so langer Zeit in solchen Lagern nicht mehr, ich wurde gegen Ende immer ein bisschen matschig in der Birne, weil man dann doch irgendwie in diesem Hamsterrad drin ist, ich habe das Gefühl, du sprühst noch voller Tatendrang und das finde ich ganz großartig. Du hast überhaupt nichts vergessen, Simeon, wir haben alle Themen abgehandelt, der obligatorische Werbeblock fehlt natürlich noch am Ende, du hast schon darauf hingewiesen, wir sind immer gerne mit euch im Austausch, vfb.ezvw.de hast du schon genannt, holt euch auch unsere News-App, abonniert den Push-Kanal vfb.stuttgart, dann bekommt ihr alles immer direkt und brandfrisch vom Trainingsgelände sozusagen auf euer Handy gepusht und Simeon, ich sage nochmal vielen lieben Dank, ich wünsche dir jetzt noch einen guten Nachmittag in der spanischen, hoffentlich noch etwas warmen Nachmittagssonne bei dem einen oder anderen Cappuccino-Getränk mit dem Kollegen Moisidis, der ja meistens Spätsie zu sich nimmt, sag ihm bitte ganz liebe Grüße und an euch da draußen auch nochmal ein ganz dickes Dankeschön, denn ihr habt mir quasi diese Folge ja in die Hand geschrieben mit so viel Input, so viele Fragen, ich muss das nur noch sortieren, dazu meine eigenen Fragen stellen und zack, kommt hier so eine Folge mit Überlänge raus, dafür vielen lieben Dank und der Hinweis an euch da draußen, wir steigen jetzt wieder in unsere regelmäßige Podcast-Produktion sozusagen ein, das heißt, nächste Woche Donnerstag pünktlich vor dem Heimspiel gegen Mainz werden wir uns wieder hören und dann Simeon, bist du wieder da, braungebrannt oder vielleicht sogar mit ein bisschen Sonnenbrand, ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel, dir noch eine gute Zeit in Mabea, eine gute Rückreise und an euch da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder, das soll es für heute gewesen sein, und tschüss, ciao, kommt gut durch die Woche. Macht's gut, Leute, ciao.